Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schauen wir uns das Delfin Diva Hotel an der türkischen Vera an. Das Hotel haben wir wie gewohnt in der Videobeschreibung verlinkt. Abonniert noch schnell den Kanal bevor es mit dem Hotelcheck losgeht, um keine Videos mehr zu verpassen und sollte euch das Video gefallen, würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Jetzt viel Spaß bei dem Video und los geht's! Das 5 Sterne Delfin Diva befindet sich in Lara direkt am Strand und nur 10 Kilometer vom Flughafen entfernt. Das Hotelgelände besteht aus einem Hauptgebäude, einem großen Garten, einem Hauptpool mit Poolbar, Wasserrutschen und einem 230 Meter breiten Sandstrand. Insgesamt 10 Zimmerkategorien stehen für den Aufenthalt im Delfin Diva zur Auswahl. Darunter Standard-Doppelzimmer, Familienzimmer und Suiten verschiedener Größen. Die Standard- und Familienzimmer sind zwischen 26 bis 47 Quadratmeter groß und sind mit allen wichtigen Dingen wie Safe, Minibar und Fernseher ausgestattet. Für einen extravaganten Urlaub bietet sich die 108 Quadratmeter große Presidente Suite mit einer 60 Quadratmeter großen Terrasse und Panoranoblick über das Mitte Bär an. Wer hier nächtigt, bekommt einen vollumfassenden VIP-Service mit dazu. Im Hauptrestaurant ist das Frühstück, Mittag- und Abendessen in Buffetform. Zudem kann man zwischen sieben Allakate-Restaurants wählen, die verschiedenste Speisen aus aller Welt anbieten. Darunter ein Sushi-Restaurant, ein Mexikaner und ein Chinese. Für Unterhaltung sorgt ein internationales Animationsteam, das verschiedene sportliche Aktivitäten und Spiele anbietet. Am Abend werden Revue und Sketch-Shows aufgeführt oder Live-Musik gespielt. Für Sport-Junkies gibt es neben einem Fitnessbereich verschiedene Angebote wie Tennis, Bowling, Beard und sämtliche Wassersportarten. Im Midi-Club gibt es für Kinder zwischen 4 bis 12 Jahre eine spezielle Animation mit verschiedensten Erlebnissen und zudem gibt es auch noch einen eigenen Kinderpool. Bei über 13.000 Bewertungen liegt ihr im Weiter-Empfehlungs-Rate bei 99% und alle Bereiche des Hotels erhalten exzellente Stimmen. Wir hoffen euch hat das Video gefallen und würden uns freuen, euch auch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Hier haben wir noch weitere Videos herausgesucht, die euch interessieren könnten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und wünschen euch viel Spaß bei eurem nächsten Urlaub. Bis dahin sonnige Grüße und ciao ciao!